Hell und modern wirkt dieser Stall auf den ersten Blick. Doch wer genauer hinsieht, merkt, die Tiere stehen eng aneinander. Zu eng, findet die Tierschutzexpertin Friga Wirz. Sie haben ständig Stress, weil sie diesen freien Fressplatz oder den Liegeplatz finden müssen oder sich den erobern müssen. Und das ist einfach keine gute fachliche Praxis, Tiere so zu halten. Wie hat sich der Tierbestand auf dem Hof entwickelt? Nachfrage bei der Kontrollbehörde für Veterinärwesen. Sie hat vor acht Monaten die Kontrolle des Hofs übernommen. Der Bestand wurde bereits um hunderte Kühe verringert. Aktuell sind es im Gesamtbetrieb aber noch 15 Prozent zu viel. Die Rechtsaktivist Philipp Hörmann ärgert das, zumal seit eineinhalb Jahren die Staatsanwaltschaft auf dem Hof ermittelt. Solange das Verfahren läuft, gilt die Unschuldsvermutung. Eine eigens gegründete Sondereinheit zur Kontrolle von Großbetrieben hat es innerhalb vieler Monate nicht einmal geschafft, eine Überbelegung in den Griff zu bekommen, die selbst ein Laie mit dem bloßen Auge von der öffentlichen Straße aus erkennt. In einer Betriebsstätte haben laut Behörde 186 Tiere rechnerisch keinen Liegeplatz. Trotz mehrerer Kontrollen wurde der Bestand nicht verringert, seit die KBLV zuständig ist. Die Kontrollbehörde antwortet, Wird bei einem Großbetrieb mit über 1000 Rindern eine drastische Bestandsreduzierung durchgeführt, heißt das, dass der Betrieb hunderte Tiere abgeben muss. Und für die findet sich in der Regel nicht ein anderer Landwirt als Abnehmer. Weil der Betrieb eine Frist zum Bestandsabbau bis Ende Februar nicht eingehalten hat, hat die KBLV nun ein zwangsgeldbewehrtes Verfahren eingeleitet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017